ein herzliches willkommen in der demetze power league 1 wac gegen sturmkratz mit ending genau aber schön wohl genommen aber der war sehr wuchtig nachdem er den zoo abgewirrt hat kopfball durch ist es mal keins geworden scheiße also da habe ich schon die rote gesehen gelb jetzt minimum gehen müssen eigentlich na gut also es ist der siebte sturmkratz gegen den elften wac mit dem anpassen oh mein gott gefahren gehäuse nach schön das macht er echt mein kopf Oh, shit. Nein. Ja. Hast du gelesen, dass die Stimmung gerade so aufregt, dass der Schulz so viel abgelopft wird? Ja. Oh! Ja, da ist der Spieler, der ist nur noch geworden. Ja. Da steht kein Mensch. Na, nutze ich. Muuu. Muuu. Oh. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank flach, gell? Oh. Na, Gott sei Dank, das ist klar geschossen. Oh, schön. Jetzt, das gibt es ja nicht, Leute. Ja, das muss eine Karte geben. Da wir schon dabei sind, Schulz hat es getroffen. Das gibt es nicht, Leute. Einfache, einfache Päste. Genau. Oh, den hat er nicht. Ja, man kann aber sagen, wie er zehrt, bis jetzt. Sehr gute Möglichkeiten. Oh. 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 fangt er bitte jetzt wieder bei null an. Ja fix, schau dir viele Fehler an. Nein, ich mein' der Husina, wie er wieder so genannt ist. Schau dir viele Fehler an, das muss man wieder bei null beginnen. Da kann man nicht gleich wieder von Top-Goal-Getter ausgehen. Die Fehler macht aber nicht die alleine. Aber er macht Fehler. Viele anderen hab' ich noch keinen Namen gefunden. Ja, gegen den Spielverlauf also jetzt. Uh. Ah, schade. Danke. Ja, schade eigentlich gegen den Spielverlauf, wie gesagt. Sturm, da will der Heimgepunkte machen. Oh. Sturm hat auch noch nicht verloren. Könnte sich sogar mit diesen drei Punkten eben ganz noch vorsetzen. Ist ja dicht alles da vorne. Alles hagedicht, oder? Oh, wiggle. Unverteid, undverteid. Aber hier kann er sich beweisen. später schule stelle auf 2 zu holen je bitte so nicht ja viele fehler viele viele fehler beiden seiten er stimmt es wurde doppelt belohnt für diese fehler ja oder rennwärter Oh, ja. Alter. Was? Das war ein normaler Körperinsatz, Alter. Also das war jetzt uncool die Entscheidung. Ja. Das war ja schon rausgespielt. Das war auch sehr schön reingeworfen. Siehst du, dann muss ich das erst wieder verdienen. Oh, ja und da zeigt er die Qualität. Rewitsch 3-0. Scheiße, Alter. Blöd, dass der Verteidiger auskutscht ist vorhin. Ja, der C, das ist wirklich sehr überraschend für mich auch eben. Die eine sehr gute Vorbereitung auf Cup gehabt haben. Ja, schlecht spielen sie ja nicht. Ja, schlecht. springen tun sie nicht, aber sie brauchen halt irgendwann Punkte auch. Irgendwann müssen sie sich irgendwie daraus schießen aus dieser kleinen Krise, die sie haben. Ja, das Match gegen Stumm Graz macht das natürlich nicht besser. Hö, hö, hö. Stoßen, hä? So, Ravid. Ah, der hat gar nicht von Anfang an gespielt, oder? Nein. Oh! Ja! Oh, Nikola! Wollte ich gerade sagen. Aber, aber, hö, hö, hö. Das Tor aber verdient euch so, wie sie gespielt haben bis jetzt. Ich meine, die letzte Zeit nicht, aber die erste Halbzeit. Aber dass er den so abgehört hat, hat mich gewundert. So, wir haben jetzt gemacht. Sprangler. Assist. Der Neue, den wirst du nicht haben wahrscheinlich noch in der Liste. Sprangler habe ich auch nicht. Orgil, glaube ich. Or, Orgil, Orgril oder so, glaube ich, war das. Den wollte ich mal testen. jetzt aber grad noch ja, ja. Also, ich hatte schon einen sais��오 stoppt. pię excited大家 war das Dinos. Oh temankt für den tracht. Und das war das Dinosaurier wieder mal mit ... und das war. Ich lese ein. Jetzt wärst du wohl schön. Was war damit, worauf ich niemals? Wir handschen wieder. Oh. Ich lasse. Der Schiss ist schwach. Das war Haxl gestellt. Habe ich nicht gesehen. Ah, und der halt den wieder zurück. Ah ja, was ist jetzt mit den Stumspinnern? Unfair spielen, ha? Oh, schön. Ah ja, das ist schön. Was hast du jetzt über? Das ist gut. Okay. Was ist denn? Ja. Coaching-Zone. Probleme. Nein, der war schön noch. Unwahrscheinlich hätte er selber schießen können, aber ich habe mich verdrückt, muss ich ehrlich sagen. Mal schwimmen, wenn es dich rüber klingelt. Rapheth. Ja, der ist vielleicht etwas für die Startmannschaft. Ja, jetzt wird es noch in zwei Minuten muss man da noch kämpfen. Ja. Ja. Aber knapp war noch. Ja. Aber knapp war noch. Ja. Ja, er hat ein Tor geschossen. Schul. Ja, eins geschossen, eins vorgelegt sogar. Mal schauen, ob es jetzt mit den Highlights klappt oder nicht. Schaut aber gut aus. Die erste. Schön geschossen eigentlich, schön scharf. Eigentlich war ja da schon, eigentlich war ja da schon das Vollteil gegen den WRC-Spieler. Also, ganz klare Sache. Ja, dann hat der Fehler den Häusler, wenn man das zweite Mal ausnutzt. Vielleicht sollten wir auch erklären, warum du ihn so nennst. Weil du es so heißt? Rosina. Bis er es verdient hat. Ja, bis er es verdient hat. Nein, ich will nicht hören. Was willst du mit einer? Mit einer Niere, doch er länger. Niere? Niere, glaube ich. Ja, Niere, ja. Da, das war blöd, dass der Spieler da ausgerutscht ist vorher schon. Da stand es 3 zu 0, das sah erst schon gar nicht mehr gut aus für den WAC. Aber dann kann er zurück. Alter. Bis auf die Highlights, die kann man nicht zurück. Warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Scheiß, Alter. Kann ich dir nicht sagen. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Ja drücken. Bis dann. Ciao. Ciao.